Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Am Start haben wir den Roro, den Weising und die Linie. Wo kann der Name entfallen? Erweising ist noch nicht so lange dabei. Kann das mal passieren. So Roro und ich sind jetzt hier voll beladen mit Steinen. Wir können dann im letzten Dorf ordentlich weiter bauen. Nach dem Materialmangel. Kann das sein, dass es schon wieder dunkel wird? Hm, nein. Ist noch heller. Noch? Aber es wird gleich dunkel. Ich bin in der Nähe vom Bett. Ey, hier ist ein wildes Pferd. Cool. Das sollte man zählen. Mach mal. Und ich bin in der Nähe von ihr. Ich hab noch nicht mal Äpfel mit. Ja, es wird dunkel. Ich nehm schon mal die Fackel in der Hand. Aber ich kann ohne Sleep at night. Ich bin gleich da. Und wir haben wohl in dem jetzischen Dorf erstmal pennen müssen. Hm. Da geht die Sonne runter. Ich reite im Untergang. Hier ist ein Kuh. Und die macht Mu. Mu. Das war Roro, der Mu machte. Sag mal, welcher normal sterbliche Mensch hat ne Kreditkarte? Boah, gut. Ich hab keinen. Oh, ho. Dann fährt man muss hier rein in den Stall. Ja. Kann da eh nicht weg. Kann da eh nicht weg. Äh, klar. Warum? Wo? Kann weglaufen. Na, wohin? Na, weg halt. Ja, aber wohin? Na, weg halt. Ja, aber wohin? Deins ist doch schneller. Drüben haben wir aber keinen Stall. Achja, stimmt. Wie war das mit Vorsprung? Achja. Ich konnte gar grad noch anhalten und Blümchen pflücken. Ich bin angekommen, Roro. Wo bist du? Äh, nicht da. Habt ihr schon einen Grundriss gemacht? Die Steine haben gereicht? Ja, ein paar Stacks hatten sie ja noch. Habt ihr nicht gedacht, dass die reichen? Ja, da kann man ja gleich munterfröhlich weiter ein paar Grundrisse setzen. Oh, du wolltest doch noch ein, äh, dieses Brathaus setzen, ne? Äh, äh, ja. Wohin? Na, hier in das Dorf. Ja. Das ist mal klar, aber... Ja. Aber wisst ihr, was lustig ist? Was? Ich hab letzte Woche mir ein Buch in einem Online-Antiquariat bestellt, ja? Du hast ein Buch bestellt? Ja. Ich bin ein sehr gebildeter und belesener Mensch. Aber auf alle Fälle hab ich dieses Buch bestellt und es kam auch am nächsten Tag schon an, ja? Aber? Ja, und? Gestern hatte ich die Auftragsbestätigung, dass meine, meine Bestellung jetzt bearbeitet wird und dass sie sich freuen, mich als Kundin zu haben erst angekommen. Ja, hier wieder. Ja. 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 Läuft? Ja. 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 Das ist doch total unfair, ja? Ja. Die sagen, wenn ich jetzt... Also wenn ich online einchecke, dann kann ich mein Zimmer schon vor 12 Uhr haben. Aber wenn ich an der Rezeption mache, ist es erst ab 14 Uhr frei. Was ist der Sinn dahinter? Keine Ahnung. Aber die Rezeption hat ja auch schon ab 8 Uhr auf. Oder so. Blödsinn. Muss man nicht verstehen. Ja, vor allem, ich hab keine Kreditkarte, also kann ich nicht online einschicken. So. Hat genau hingepasst hier noch ein Häuschen. Wo soll ich das Ding dann hinstellen? Du? Ja, ich... Ich... Da ist ja nie die Maße von dem Rauthaus, das ist ja so. Muss ich selber erstmal schauen. Ging das nie um die Ecke oder so? Ja, irgendwie zu gucken, wir sind um die Ecke. Na, mir mangelt es gerade an Holz. Danke. Ich dafür. Okay, ähm, dumm, dumm, hier. Aber ein Holzwitz ist aber trotzdem irgendwann mal mangeln. Ja, also... Wir müssen da nochmal ein Häuschen Holz sammeln. Eins, zwei, drei... Eins, drei, drei, vier, fünf, sechs, okay. Oh, das ist das Haus, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, drei, vier, sechs. Sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Soll ich ja was erzählen? Ach, ach, ach... Was denn? Ein gewisser Freund von mir hat doch wirklich jetzt wieder angefangen, auf... Du weißt schon, welchem Server, äh, Amazon spielen. Okay. Und ist jetzt bei der Polizei. Oh... Die konntest du doch alle in der Pfeife rochen. Vor allem... Das muss ich dir in der Pause erzählen. Ey, die Cops dort konntest du echt in der Pfeife rochen. Oh, nicht nur die Cops, du konntest auch anderen in der Pfeife rochen. Ja, wenn ich überlege, wir, als Kaminskis, ja, also, Mafia, haben doch denen geholfen beim Polizeitraining. Die haben sowas von versorgt. Das war eine tolle Geisel, ja? Naja, eine Geisel, die sich gleich erstmal in der Luft joggt. War so geil. Ich hab da mit dem Mausrad gedreht. Die Cati noch mit aufgebracht. Ich wollte ja eigentlich... Die hab ich schon extra besorgt, um denen dann in der Weste, dass du das so mit ins RP reinbringen kannst. Ja, fein. So von wegen... Ja, hier, die hat ne Sprengweste an und wenn das nicht läuft, dann machen wir... Dann drückt mir den Zünder und... Ich hab mich selber gespreckt. Das war aber auch geil. Oder noch einen Atmen holen mussten. Ja, vor allem... Ich war ja selber Atmen. Ja, in dem Moment warst du ja, äh, zivil da. Eben deswegen ja. Voll Panne, ey. War trotzdem witzig. Und hast du die Mausroche? Ja. Äh, 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 los. Äh, 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 ähh, äh, ähh. Ein, zwei, eins. Ups. Enten. Warum will das Hotel wissen, mit welchem Verkehrsmitglied ich ankommen? Ich fahr mit der U-Bahn. Fährst du mit Droid? Mit Drei-Rod? Ja. Ja. Nee, ich laufe vom zentralen Omnibus-Bahn hoch bis zum Alexanderplatz. Weil da stehe ich voll drauf. Und eins höher. Also so. Ja. Komplett? Ja, kannst du erstmal machen. Ich brauche zu Fuß vom zentralen Omnibus-Bahn bis zum Alexanderplatz zwei Stunden hoch. Äh, 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 die Erde hättest du drinnen lassen können. Es kommt noch eins höher. Mag ich nicht. Lauf ich nicht. Passt mit der U-Bahn. Äh, was war'n das für ein Boden? Das war, glaube ich, Holzboden. Ja. Holzboden hättest du überall. Okay. 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 Hups. Wollt's jetzt noch ein paar hinsetzen. Hier hinten hatte ich, genau. Musst du auch noch die Mauernstücke hochziehen? Hups. Hups. So, und dann, so. Das sollte doch so. Oh. Alter, der Stein ist schnell allein. Kleinstein. Ich hab' mir vier Stacks eingepackt. Jetzt hab' ich nur noch ein Stack drin und es ist ein Entwurf. Hm. So. Mach' mir hier hinten noch mal. Also eins, zwei, drei, vier. Dann gehen wir hier wieder was hin. Das könnten wir auch hier hintersetzen. Dann sparen wir uns auch noch ein bisschen Mauer. Wär' gar nicht mal so ungeil. Äh. Hm, 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 hm. Oh, passt. Eins, zwei, drei, vier. Also dann hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wie lang war das? Was? Au. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. Ah ja, Heiner war schön zählen. Eins, drei, vier, fünf, sechs. Ich müsste in Club sechs lang gewesen sein. Äh, breit. Ich geb' mir zumindest Mühe. Das war auch schon klasse. Boah. Wart das schon dunkel? Scheiß. Und ich hab' schon wieder vergessen, wie die Breitersburg. Aua. Ich glaub' noch, können wir uns sie ins Bett legen. Jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das dauert noch fünf Sekunden. Bis die Sonne den Boden kopuliert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Jetzt könnt ihr euch fliegen. Moment. Ich bin unterwegs. Es hat ein bisschen Holz. Das Baum schützen. Genau. Und schon wieder folgende Ende. Und was auch schon wieder für heute, liebe Leute. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da. Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns, fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.